Guten Morgen! Ich wollte euch zeigen, was ich lese. Mal ein bisschen öfter posten, ne? Ich lese gerade Ingrid Noll, Hab und Gier. Das ist ein Buch vom Diogenes Verlag. Und ich hatte noch kein Ingrid Noll gelesen. Das sind so Krimis irgendwie, ja, sollen spannend sein. Also Kriminalroman steht hier. Aber sehr seicht. Also ich finde es jetzt auch nicht so herausfordernd. Ich finde es jetzt auch nicht so prickelnd. Ist wie gesagt mein erstes Buch von Ingrid Noll, Hab und Gier. Ist okay, liest sich leicht, aber jetzt auch nicht der Burner, ehrlich gesagt. Also gibt bessere Lektüre.